Achtung liebe Bürger von Los Santos, Shin Sonic wird immer größer und stärker und mittlerweile hat er die Innenstadt von Los Santos erreicht und er ist dabei alles zu zerstören. Er ist auf der Jagd nach den Chaos Maragden und vier davon hat er bereits gegessen. Was mit den übrigen beiden Chaos Maragden passiert ist, ist noch unklar, aber die Frage lautet, wird er sie finden und wenn ja, ist es das Ende unserer Stadt und der Welt. Oh, Alter, was, wo bin ich hier? Hallo? Hallo, ist hier jemand? Was ist das hier? Warte mal, was ist das hier in diesem gelben Outfit? Oh nein, Leute, ich weiß, wer das ist. Das ist Shin Tails. Hallo Franklin, wir geben dir eine letzte Chance, bevor Shin Sonic dich auffressen wird. Wo sind die letzten zwei Diamanten? Ähm, die, ähm, ja, weiß ich jetzt nicht so richtig. Wobei, Leute, wir wissen, wo wir sie im letzten Part versteckt haben. Und zwar war das bei Lester. Okay, wenn du also nicht reden willst, dann wird Shin Sonic dich morgen für abholen. Ich hoffe, du schmeckst sehr lecker, wenn du schon keine Diamanten hast. Ey, wo ist der Ende jetzt auf einmal hingegangen? Ey, Leute, ich bin hier raus. Lasst mich bitte einer raus. Freunde, verlasst, lasst dir jetzt ein Like da und das Tor öffnet sich auf mysteriöse Art und Weise. Also lasst ein Like da in drei, zwei, eins und geht das Tor jetzt auf. Nein, okay, ein Versuch war es wenigstens wert. Okay, können wir hier irgendwas machen? Hallo? Hilft mir denn jemand? Au, Mann, das tut weh, das ist voll laut. Wer ist diese mysteriöse Person an der Wand? Äh, ich bin Knuckles, Sonics Feind oder so. Wer bist du? Ich bin Franklin, ich bin jetzt auch Sonics Feind. Okay, sehr gut, Franklin. Also, wir müssen hier beide rauskommen. Lass mich nur kurz nach dem Schlüssel suchen. Okay, wo könnten die Schlüssel sein? Vielleicht im Fernseher? Nein. Unterm Bett vielleicht? Nein. Aber immerhin habe ich ein bequemes Bett. Äh, warte mal. Sind das Schlüssel? Ja. Ey, Franklin, ich habe die Schlüssel gefunden. Knuckles, ey, sag mal, wo bist denn du eigentlich? Wow, du bist ja genauso schnell wie Sonic. Und hast du die Tür aufblockiert? Oh ja, ich glaube, er hat sie tatsächlich geöffnet. Dankeschön, Bruder. Oh Mann, sorry, Mann. Warte mal. Da unten ist Shin Knuckles. Wir müssen auf jeden Fall vorsichtig sein. Kann der Schlüssel auch die normale Tür öffnen? Keine Ahnung, Bruder. Aber ich habe da einen anderen Ausgang auf meiner Seite gefunden. Lass den nehmen. Und dann suchen wir einen ruhigen Ort zum Reden. Wir müssen Shin Sonic aufhalten, bevor er so groß wird, dass niemand mehr ihn aufhalten kann. Und du bist mir auch schuldig über die Erklärung der letzten zwei Diamanten, warum du gefangen bist. Äh, ja, klar, natürlich, Leute. Diese Chaos-Smaragde, die waren das ja. Ja, davon hat Shin Sonic bereits vier Stück gegessen und zwei fehlen ihm noch, bis zur totalen Welterschaft. Und ich glaube... Okay, ich glaube, ich habe den Ausgang gefunden, Knuckles. Das war wohl der, den er markiert hat. Aber... Moment mal kurz. Kann ich nicht einfach... Ich kann auch einfach rüberklettern. Okay, das sieht gut aus. Und da ist auf jeden Fall ein Auto. Dann nehmen wir das mal mit, Leute. Fahren jetzt raus. Ganz entspannte Garage, würde ich sagen. Und nach Hause. Puh, okay, Leute. Wir haben den nächsten Tag und tatsächlich sind... Knuckles, wo bist du? Knuckles, da bist du ja. Okay, komm, rein nach Hause. Wir besprechen alle Details jetzt. Und was wir auch noch besprechen können, ist, warum ihr noch kein Abo da gelassen habt. Lasst gerne ein Abo, das ist völlig kostenlos und ihr verpasst keine weiteren Videos. Okay, Bruder, lasst uns erst mal die Nachrichten abchecken, was da im Fernsehen läuft. Okay, ich sehe es gerade, Leute. Oh nein, das sieht gar nicht gut aus. Shin Sonic scheint wirklich ganz los Santos gerade einnehmen zu wollen. Oh Mann, wir müssen das auf jeden Fall verhindern. Okay, aber was sollen wir jetzt tun? Wir? Äh, sorry, Mann, aber ich habe keine Ahnung, wo die letzten Chaos-Maragde sind. Wo sind die? Wir müssen die unbedingt mitnehmen und zerstören. Wenn Shin Sonic noch mehr davon bekommt, ist er so mächtig, dass man ihn nicht mehr aufhalten kann. Oh mein Gott, aber warte mal, bei Lester sind sie ja. Ich habe aber in TV gerade gesehen, dass Shin Sonic momentan ganz los Santos auseinander nimmt. Wenn wir also zu Lester wollen, müssen wir quer durch die Innenstadt von Los Santos fahren. Und sogar an Shin Sonic vorbei. Tja, Bruder, dann wünsche ich dir viel Spaß. Ich gehe da auf jeden Fall nicht hin. Rette ruhig die Welt. Du warst ja derjenige, der sich dieses Video angeguckt hat. Nur dadurch sind diese Chaos-Maragde gespawnt. Okay, Knuckles, dann halt nicht. Dann hilf halt nicht mit so. Unehrenhaft nennt man das. Oh nein, Leute. Wir müssen jetzt in die Innenstadt, wo Shin Sonic jetzt in der großen Version ist. Okay, Leute, das wird kein leichtes Unternehmen. Na gut, wir schaffen das. Wir schaffen das schon, Leute. Wir müssen nur zu Lester fahren. Wie schlimm kann das schon werden? Es fängt auf einmal an zu regnen. Das ist ein gutes Zeichen. Was? Hört ihr das? Ich höre da gerade was. Hallo? Oh mein Gott! Oh! Oh, ey! Oh! Oh, ist der groß! Ist ja riesig, Mann! Oh nein, 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 nein. Okay, da kommt der. Da kommt der. Wir müssen fahren. Leute, wir haben das Schlimmste geschafft. Wir haben das Schlimmste geschafft. Der weiß noch nicht, wo wir sind, glaube ich. Oh, yo. Da hinten wütet er. Ah, au, au, au. Nein, 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 nein. Ah, der kommt, der kommt, der kommt. Der kommt, der kommt, der kommt, der kommt. Der kommt. Gib mir jemand sein Auto, bitte. Da los, da los. Beeil dich, beeil dich, beeil dich. Okay, okay, wir sind doch noch nicht sicher. Wir sind doch noch nicht sicher. Jetzt aber. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Nein. Oh, oh, okay, okay. Leute, das ist echt schwer. Das ist wirklich schwer. Als würde der, als würde der einen Riecher haben, wo diese Smaragde sich befinden. Jetzt haben wir ein bisschen Pace. Jetzt kommen wir easy durch. Freunde, wir haben das Schlimmste geschafft. Wir haben das Schlimmste geschafft. Sonic Tapes, ich meine Shin Sonic, ist wirklich krass stark. Okay, Lester zu dem Cresta. Ich brauche die Diamanten. Hey, Lester, wo sind die zwei Smaragde? Die Chaos-Smaragde? Ich habe sie dir doch letztens gegeben. Oh, hi, Franklin. Dein Bruder Lester hat natürlich schon vorher nachgedacht. Und ich habe sie in ein Militärfahrzeug gepackt. Du musst sie zum Militär bringen. Jetzt sofort. Diese Smaragde lassen sich nicht auf normale Art und Weise zerstören. Deswegen solltest du mit diesem Militärfahrzeug losfahren und es persönlich dorthin bringen. Die wissen, was zu tun ist. Das Militär sucht nach den Chaos-Smaragden. Okay, ey. Lester ist so ein Ehrenmann. Er plant alles vor. Das ist auf jeden Fall der Grund, warum wir dich mögen, Lester. Lass gerne einen Daumen nach oben da, Freunde, für Lester. Einfach ein Ehrenmann ist das. Okay, dann steigen wir mal. Warte mal. Knuckles? Und da ist ja das Auto. Hey, dachtest du etwa, dass du ohne mich fahren willst? Ich muss natürlich beobachten, dass du deine Mission gut machst. Und du bist mir was schuldig dafür, dass ich dich befreit habe. Okay, Knuckles. Dann komm, steig ein ins Auto. Wir müssen die Welt retten. Die beiden Chaos-Smaragden, die dort drin sind. Lass sie uns mal kurz im Kofferraum anschauen. Oh, schaut sie euch an, Leute. Nach diesen beiden Teilen ist Shin Sonic hinterher. Wenn er die beiden frisst, dann ist er unfassbar mächtig. Es ist wie, als würde Thanos alle Infinity-Steine haben. Okidoki. Dann würde ich sagen, einsteigen, mein Freund. Hat das Ding überhaupt gute Power, gute Leistung? Ja, der ist ganz in Ordnung. Okay, nächster Stopp. Militärbasis. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Der sieht uns her. Der sieht uns her. Der sieht das Militärfahrzeug. Wir müssen die Autobahn nehmen. Wir müssen die Autobahn. Soll ich durchfällt die Schuss? Nein, 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 nein. Nein! Ah! Nein! 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 Oh mein Gott! Ist das Ding noch fahrbar? Ich glaube schon! Oh mein Gott! Nein! 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 Oh mein Gott, was? Der Truck! Warte mal. Die Diamanten. Da ist er ja. Nein. Ich finde Sonic. Nein, nehmt diesen Smaragd nicht an. Nehmt den nicht. Oh nein, was? Was ist passiert auf einmal? Yo, was ist mit dem Wasser? Oh mein Gott, der ist noch mächtiger geworden. Jo, was ist das, Junge? Das ist ein riesiger Meteorien. Oh mein Gott. Oh, wir müssen weg. Oh, wir müssen ganz schnell. Yo, yo, yo. Der ruft den Untergang von ganz los handlos mittlerweile herbei. Wir müssen weg. Wir müssen weg. Wir müssen auf jeden Fall abhauen. Ich gehe in den Tunnel, Leute. Ich verstecke mich. Ich haue jetzt hier ab. Das reicht mir. Shit, Sonic überlebt die ganze Welt. Der macht alles kaputt. Junge, ich werde ja fast erfaschen. Er fischt von dem. Aber eine Sache verstehe ich nicht. Der hat gerade nur einen gefressen. Wo ist der Zweite? Und wo ist Knuckles? Der war doch mit mir im Auto. Ich habe ihn gar nicht mehr gesehen. Wir müssen weiter. Okay. Okay. Ich glaube, hier soll es sicher sein. Wir sind jetzt einfach hier bei diesem Radioturm. Keine Ahnung. Es hat aufgehört. Okay, jetzt hat es aber aufgehört. Das war jetzt aber wirklich. Wer hat den Letzten geworfen? Keine Ahnung. Oh, warte mal. Fragen über Fragen, Leute. Shin Sonic ist noch mächtiger geworden. Der wird Los Santos in einigen Stücken bald auffressen. Der wird die ganzen Gebäude fressen. Was machen wir denn jetzt dagegen, frage ich mich? Was ist mit Knuckles, Leute? Hä? Ey, yo. Ich werde gerade angerufen von einer unbekannten Nummer. Warum haben eigentlich so viele meine Nummer? Ich verstehe das nicht. Aber gut. Wir gehen ran. Hallo? Yo, Kido. Sag mal. Du bist echt der schlechteste Fahrer, den ich je gesehen habe. Ey, jetzt sag mal nicht sowas. Ganz ehrlich. Hast du gesehen? Ich hatte nicht mal eine Chance zu fahren. Der hatte mich direkt erwischt. Na, egal. Ich habe gerade mitbekommen. Es ist ein bisschen schlimmer geworden, ne? Shin Sonic rastet noch mehr aus. Das Militär ist bereits hinter ihm her. Ja, glücklicherweise hast du einen kompetenten Freund, der es schafft, den Diamanten auf den Weg zur Militärbasis zu bringen. Ah, yo. Willst du mir damit sagen, du hast es geschafft, zur Militärbasis zu bringen? Äh, sagt dir der Name Union Depository etwas? Das ist doch die Militärbasis, oder? Union Depository? Nein, das ist die größte Bank in Los Santos. Das ist nicht das Militär. Das wird vielleicht militärisch bewacht, aber es ist nicht das Militär. Oh, na gut. Ich habe es da drin versteckt. Also, by the way, Sonic ist gerade hier. Oh nein, ich höre ihn. Du komm hierher. Hol den Diamanten und dann besprechen wir den Plan. Na, Kürz. Oh nein, er hat aufgelegt, Leute. Also, es scheint tatsächlich wahr zu sein. Wir müssen jetzt zum Union Depository gehen. Lass sie dieses Auto eigentlich noch fahren. Ähm, yo. Dafür, dass es einen Meteoritenschlag ausgehalten hat, ist das Ding noch gut in Schuss. Okay, Plan ist wie folgt, Freunde. Wir gehen zum Union Depository, versuchen, Shin Sonic irgendwie zu überlisten, dass er nicht mitbekommt, dass wir dort reingehen. Und wenn wir dort drinnen sind, nehmen wir den Chaos Smaragd und danach... Was machen wir eigentlich danach? Zerstören wir den? Sammeln wir den selber auf? Wir müssen den zum Militär bringen. Genau, das war ja der Plan. Okay, dann auf geht's. Ah, yo. Leute, findet ihr das nicht auch ein bisschen beunruhigend? Wir sind gerade in der Innenstadt und es ist niemand da. Keine Menschenseele befindet sich gerade hier. Und der Strom ist auch ausgefallen. Meint ihr... Meint ihr, er wartet bereits auf uns? Ich glaube, er hat den ganzen Strom der Stadt zerstört. Hören wir mal ganz genau rein, Leute. Ob wir dort im Hintergrund was hören. Hört ihr das? Ich höre was. Er ist dort. Er ist auf jeden Fall dort. Also Los Santos hat mittlerweile keinen Strom mehr. Aber ich glaube, die Bank hat noch so ein Notstromaggregat. Dann gucken wir mal, wie die Lage dort jetzt aussieht, wenn wir da hingehen. Sieht doch eigentlich ganz nett aus. Was? Leute, habt ihr das... Was? Der hat einfach ein ganzes Gebäude zum Einstürzen gebracht? Ist das nicht... Das ist nicht sein Ernst. Das hat er nicht gemacht. Wie mächtig und großmutter wird leider sein, dass er das schaffen kann. Okay, alles klar. Das Union Depository. Wo war das nochmal? Das war doch... Das war genau hier. Leute, eingestürzte Brücken. Was ist hier los? Muss hier irgendwie zu dieser Bank gehen. Was haben wir hier? Arkadius. Nein. Die Stadt, sie... Sie sieht so leer aus. Was ist mit den Menschen passiert? Vor allem auch mit denen in dem Gebäude, was eingestürzt ist. Warte mal. War Knuckles nicht in dem Gebäude drin? Vielleicht war das ja das Union Depository. Okay, hier geht es auf jeden Fall nicht weiter. Wir müssen nach Knuckles suchen. Ich glaube, er ist nicht in dem Gebäude drin. Er muss sich wahrscheinlich nach draußen gerettet haben. Knuckles? 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 Schreibt alle mal Knuckles in die Kommentare. Vielleicht hört der mich ja. Knuckles? Wo bist du denn? Mann, was hat der angerichtet hier? Da ist das Union Depository. Es ist wirklich in dem Gebäude drin. Oh nein. Da ist ein Feuer. Knuckles? Knuckles? Ist er da? Knuckles? Hey. Knuckles, Bro. Oder da bist du ja? Ey, Mann, Alter. Alles mit dir in Ordnung? Junge, das sieht gar nicht gut aus. Bruder. Ich habe mich gerade noch so rausgeholt. Aber ich glaube, ich glaube, ich schaffe es erstmal nicht. Hier, Bro. Den Diamanten zu stören wird ein bisschen zu schwierig sein. Er hat nicht mehr viel Energie übrig. Aber wenn Shin Sonic an seine Macht kommt, und das wird er, wird das der Untergang sein. Bitte, nimm die Power von dem Chaos Maragd an dich und kämpfe gegen Shin Tails und Shin Sonic. Ich soll die Kraft dieses Chaos Maragds selber für mich nutzen? Stimmt, daran habe ich eigentlich gar nicht gedacht. Aber das macht eigentlich sogar Sinn. Okay, dann würde ich sagen, nehmen wir die Energie auf. Wir nehmen sie auf, Leute. Das erinnert mich an diesen alten Clip, ey. Warte, bevor du es nimmst, die Nebenwirkungen sind, dass du, du veränderst dich. Du wirst auch so wie diese Shin-Kreaturen. Sei also vorsichtig. Alles klar, mache ich, Knuckles. Ruhe dich erstmal aus, der wird schon wieder. Also gut, Ladies and Gentlemen, nehmen wir die Energie auf. Achtung, wir nehmen sie auf. Ja! Uns? Was? Hä? Leute? Oh mein Gott. Franklin! Yo! Wir haben uns verändert. Wir sind so eine Art Zombie-Shin-Shin-Franklin sind wir geworden. Aber warte mal. Zusammen damit kommen wahrscheinlich auch neue Kräfte, oder? Wow, jetzt sieht das Ganze aber wirklich wie in The Last of Us aus. Okay, aber ich weiß nicht, was sind eigentlich meine Kräfte... Oh nein! Nicht Shin-Knuckles, Junge! Was willst du hier? Oh nein! Du hast es getan! Warum? Ich habe nichts getan! Warum? 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 Ganz einfach, damit ich dich jetzt fertig mache und danach nehme ich die Energie der Chaos-Smaragda aus dir und werde Shin-Sonic aufhalten, damit Los Santos wieder gerettet wird. Dann viel Spaß beim Untergang! Okay, dann würde ich sagen, Leute, let's go! Wir werden jetzt fighten! Fight, fight, fight! Okay, Leute! Wo ist er hin? Er muss ja irgendwo sein. Da ist ein großes H. Das steht wahrscheinlich für... Ähm, super höflicher Tails. Genau, super höflicher Tails. Dafür steht das H. Okay. Oh mein Gott! Junge, der greift an! Junge! Oh, da ist er, Leute! Na los! Wir müssen ihn fertig... Ah! Oh nein! Nein, Junge! Das lag extrem! Oh mein Gott! Wie dramatisch! Greif an! Bam! Komm, warte, wir müssen ihn greifen. Wir müssen ihn greifen, Leute. Achtung! Und jetzt... Bam, Junge! Super Smash! Das war der Super Smash! Wo ist er jetzt hin? Oh, er fällt gerade runter. Bam! Nice! Nice! Attacke! Yo, Alter, sorry, das ist so lag, Leute. Ich bin mittlerweile immer noch am Laptop am Drehen. Ah! Ich fliege! Ich fliege! Aber Leute, wenn wir den schaffen, dann werden wir auf... Ich bin auf uns aufmerksam. Junge, das ist wirklich der Untergang von Los Santos! Oh mein Gott! Oh! Da ist er wieder, Leute! Achtung! Volle Attacke! Voll Gas! Bam! Und nochmal bam! Und nochmal bam! Oh, okay. So oft kann ich nicht bam, bam, bam machen auf einmal. Oh, jetzt nimmt er das Auto. Und zack! Wir haben seinen Angriff geblockt. Keine Chance! Nimm das, Junge! Nimm das! Und noch einmal! Bam! Oh! Durch die Glasscherben! Das war wichtig! Right and important! Ich würde mal als englischer Kollege sagen. Sehr wichtig und richtig. Und das ist auch sehr wichtig, Leute. Achtung! Bam! Oh, Junge! Das hat richtig reingebuttert. Das hat richtig reingepfeffert. Oh nein! Ah! Alter! Komm schon! Jetzt haben wir mal Schluss hier! Was ist hier los? Die Feuerwehr ist da! Die Feuerwehr! Er macht da wirklich ein super Ultra-Duell! Okay. Wo ist der hin? Haben wir ihn besiegt? Ich glaube, wir... Uh! Wir haben gerade einen nicen Effekt gehabt. Ich fühle mich, glaube ich, stärker. Und ey, da ist die Feuerwehr ja schon wieder. Ähm, Leute. Kommt euch das nicht gerade ein bisschen zu ruhig vor? Oh, ich meine... Warte, was ist das für ein Geräusch? Ähm, das klingt, als wäre das hinter mir. Das bin ich ziemlich gewohnt. Was ist das? Oh nein! Nein, 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 nein! Lust auf ein kleines Spielchen? Hier, übersteh den Regen ein wenig. Ich suche einen Diamanten und ich gebe dir Tausende dafür. Was meint ihr damit? Oh, yo, yo, yo! Oh, oh mein Gott, es regnet. Diamanten? Was? Warum? Oh nein, ich darf nicht von denen getroffen werden. Wenn die mich erschlagen, ihr wisst, wie... Oh! Okay. Ja, ihr wisst, was das sein kann. Oh, okay. Ah, alles klar. Leute, es regnet. Diamanten. Diamanten, überall. Smaragde, Diamanten. Oh nein, 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 nein. Bloß nicht getroffen werden, Leute. Das wäre nicht gut. Das wäre nicht gut. Das wäre nicht gut. Das ist alles nur eine Ablenkung von dem. Der spielt hier einfach nur ein Spielchen. Na los, ich will einen Kampf. Du willst also einen Kampf? Den sollst du bekommen. Danach kommst du in meinen Mund. Yeah! Okay. Was? Oh, 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 oh. Okay. Ich hau ab. Nein, 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 nein. Okay, das war doch eine schlechte Idee. Achtung, Laser. Ah! Oh, okay, der ist stark. Oh, okay. Der ist ein bisschen zu stark. Ich hab völlig unterschätzt, wie stark der ist. Ich hab's völlig unterschätzt. Ich hab's völlig unterschätzt. Oh, Laser. Nein. Okay. Oh, okay. Leute, ich weiß nicht, was ich machen soll. Nein. Freunde, Shin Sonic ist ein Biest. Er ist absolut unzerstörbar, Freunde. Ich weiß nicht, was wir machen sollen, aber... Was steht da? Zum Shin Sonic spielen? Liken? Freunde, das wäre doch mal episch. Ich würde auch gern diese Macht spüren, die er gespült hat, Leute. Also, lasst gern einen Daumen nach oben da, wenn ihr wissen wollt, wie es ist, als Shin Sonic im GTA 5 zu spielen. Also, das wollt ihr nicht verpassen. Dafür einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal. Leute, ihr kennt mich. Ich mache mir immer extrem viele Mühe für diese Videos. Auch mitten in der Nacht. Wir haben jetzt gerade 4 Uhr nachts, Freunde. Also, zeig es mir in den Support. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und am Wochenende erwartet euch was Knackiges, Saftiges. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Heidi's Hausrat rein. Und ciao.